Hier bringt jeder Hersteller sein absolutes Top-Know-how im Bereich seines Produktwesens ein, als Top-Marke für den Handwerker und wir bringen es quasi in das Thema Professional Smart Home und Smart Building. Hi, ich bin Stefan Wiebertler und heiße euch herzlich willkommen hier auf unserem wunderschönen Stand auf der EFH in Nürnberg. Die Wiebertler-Allianz ist ein Zusammenschluss aus über 30 Top-Marken, denen wir Produkte in ein digitales Gebäudebetriebssystem bringen. Hier bringt jeder Hersteller sein absolutes Top-Know-how im Bereich seines Produktwesens ein, als Top-Marke für den Handwerker und wir bringen es in das Thema Professional Smart Home und Smart Building. Quasi eine Allianz, die sich gegenseitig immer wieder in Netzwerkeffekte schafft und Mehrwerte untereinander austauscht und wir das Ganze zusammen bei Wiebertler zusammenbringen. Die Hersteller stammen aus dem Bereich SAK, Elektro und Lüftung zum Beispiel. Der Wiebertler Pro, das ist quasi unser Herzstück. Wir haben als Neuheit den Wiebertler Pro der zweiten Generation jetzt rausgebracht. Der Wiebertler Pro vereint quasi alle diese Produkte und bringt quasi mit seinem integrierten Funkstandard die Möglichkeit, diese Dinge in einer Applikation zu vernetzen. Wir haben einen Digby-Funkstandard integriert, einen In-Ocean-Funkstandard und die Dienste können natürlich auch cloudbasiert über das Internet abgerufen werden. Der Wiebertler wird quasi bei sich zu Hause installiert und einmalig mit dem Internet angeschlossen. Die Steuerung erfolgt über unsere Wiebertler-Applikation. Das heißt, ich brauche im Vergleich zu früher, wo ich für Lüftung, Heizung oder irgendwas, sich Apps gebraucht habe, nur noch eine Applikation und kann das alles jetzt hier wunderbar übersichtlich in meiner Gebäudeübersicht quasi regeln. Und wir haben als Highlight schon seit Jahren die bedarfsgeführte Heizungsregelung hier integriert. Das heißt, dass ich anfangen kann, den Wärmebedarf wirklich so zu steuern, wie ich ihn brauche und ich nicht von der Außentemperatur abhängig bin, sondern meine Energie in den Räumen so steuere, wie ich sie brauche und damit sogar auch den Wärmeerzeuger im Keller steuern kann, sodass ich quasi nur wirklich das verbrauche, was auch wirklich gerade benötigt wird. Also wir stehen jetzt hier quasi in unserem Wiebertler-Musterhaus und können hier quasi in diesem digitalen Musterhaus uns durchklicken und können die verschiedensten Möglichkeiten und Welten entdecken und auch Umsetzungen entdecken, die wir mit Wiebertler realisieren können. All das, was wir in der App einstellen können, Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Technikraum, in dem wir die Wärmeerzeuger sehen, den Leckageschutz sehen, den Speicher sehen, aber auch natürlich unseren Schaltschrank mit den ganzen Elektrokomponenten sehen. Und hier kann man sich als Kunde durchklicken und kann sich zusätzliche Informationen suchen und Anreize suchen, auch als Endkunde oder als Handwerker und einfach mal ein bisschen Inspiration holen, was alles so möglich ist mit unserem Wiebertler. Darüber hinaus bieten wir bei Wiebertler zusätzliche Handwerkerservices an für unsere Kunden. Das heißt, wir bieten exklusive Schulungen an, online, durch unseren technischen Außendienst im Betrieb oder aber gerne auch eingeladen bei uns im schönen Münster. Wir bieten einen Vorkonfigurations-Service an, das heißt, dass die Herstellerprodukte bereits von uns angelernt werden fürs Projekt und der Handwerker eigentlich die Produkte, die er schon gut kennt, weil er mit den Allianz-Produkten ja vertraut ist, einfach so auf der Baustelle einbaut, wie er es kennt und wir für ihn die Arbeit übernehmen. Zudem kann er sich auf unserer Homepage www.wiebertler.com gerne mal informieren. Dort haben wir auch einen Projektbogen, auf den er sich durchklicken kann, um dort einfach mal sein Wunschprojekt zu konfigurieren, zu gucken, okay, wie groß ist mein Geldbeutel, wie groß ist meine Anforderung, ist es ein Neubau oder eine Sanierung und dann sein Projekt realisieren kann, was wir dann exklusiv für ihn bearbeiten und auch entsprechend anbieten. Und als gutes Letztes gibt es noch ein Smartwerker-Programm, so nennen wir nämlich unsere geschulten Handwerker, das sind die Smartwerker. In diesem Smartwerker-Programm profitiert der Handwerker natürlich von exklusiven Informationen vorab, gewissen Rabatten bei uns im Webshop oder aber auch von exklusiven Schulungen. Wir freuen uns natürlich über jeden Handwerker, der auf uns zukommt. Gerne uns besuchen auf den Messen, die noch kommen in diesem Jahr, auf der SAKA Essen, in Hamburg auf der GetNord oder auf der Light End Building und freuen uns über jeden, der hier vorbeischaut.